So, wir haben jetzt hier die ganzen Häuser, äh, Garage, so, das Farmhaus, Hofunterstand, und die Hofscheine, große Silo behalten wir, und, gehen auch mal weg, gut, der Trecker hier, den werden wir auch verkaufen, so, dann die Zeit drin, und, gehen auch mal weg, und, gehen auch mal weg, und, gehen auch mal weg, wenn, gehen auch mal weg, Sterben aus, Fruchtzerstörung an, Pflügen an, Kalken an, Unkraut aus. Spiel speichern. Und hier, Hektar, Lenkgeschwindigkeit, Lenkgeschwindigkeit, Kamerageschwindigkeit erhöhen. Okay, noch speichern. So, als erstes wollen wir... So. Abdeckung öffnen. Dann erstmal den hier hin. Ne, abkoppeln. So, dann wären wir uns im Shop Mähtechnik holen. Gucken wir mal, ob wir uns ins... Das werden wir uns leisten. Dann ein Wender. Ist das ein Wender? Ne, wie hieß denn das? Schwader, ne? Ein Schwader wird benutzt, um Gras, Heu oder in Wallen abzulegen. Der macht viereinhalb. ähm... Ähm... So, Ballen. Ballen. Ballen, 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 Düngetechnik, Tiertechnik, Ladewagen, Ballentechnik, wo haben wir die Ballentechnik? Ballentechnik, 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 Jobs und Ballentechnik, mit den Ballentechnik, Dann werden wir als allererstes mal hier Ah-ha Genau, so wollen wir das haben. 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 Konfigurieren. Und zwar. So wollen wir das haben. 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 Wir können jetzt hier weg. So wollen wir das haben. So wollen wir das hier weg. So wollen wir das haben. Was geht, you know, was geht. So, erstmal ändern, Bein abladen. Wunderbar. Super. Wunderschönen Dienstag wünsche ich dir. 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 Ja, kann man hier alles ordentlich abmähen. Wunderschönen Dienstag wünsche ich dir. 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 Und gleich voll. Ins Auge gestochen, ja, ja, wisst du. Auf alle Fälle schön, dass du da bist. Gleich von Hause aus, ich zock mit heute mit niemandem. Sohnemann war vorhin auch da, das hat mich dann schon wieder genervt mit seinen Rumier-Eiern. Jetzt habe ich mir ein kleines eigenes Projekt am starten. Mal gucken, ob ich das später mit Sohnemann weiter zocke oder weiter alleine mache. Ich glaube, man kann den Ballenwagen auch hinnehmen hier für die, für die, für das Gras hier. Aber er füllt Heu hier von dem Feld, ne? Denke ich mal. Ja, ja, du wiederholst dich. Du fährst Silo. Du fährst die vollen Silos jetzt weg. Verkaufst die meins jetzt. Ah, okay. Voll geile Technik hier alles. Ich kann immer mal wieder, immer wieder, immer wieder sagen, ja. Ach, Stilo. Kapverstab, Silo verlesen. Also verdichteter Stilo. Also verdichteter Stilo. Silo, alle klar. Was ist denn also verdichtet? Als, also verdichteter Stilo. Was ist denn das? Oh, gleich wieder Fall. Und mal zurück. Das kann er ja hier ohne aufnehmen, ja? Sehe ich gerade. Voll. dissect er ja hier ohne aufnehmen. das gute ist ich habe heute noch mal ein bisschen infos geholt was die schafzucht und so betrifft und hast du nicht gesehen ich habe mitgekriegt gehabt dass man hier draußen außerhalb der felder hier den rasen den rasen nehmen kann und den mist oder verkaufen kann finde ich ja praktisch doch gleich noch mal eine neue versuchsreihe startet für gratis zeug und vor allem der wächst immer wieder nach hier ist das gute muss man muss eben selber machen kann kein helfer machen oder aber Mal ein Stück zurücksetzen. Ah, ist schon praktisch hier. Okay. das schließe ohne einsammeln ja 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 wir erst mal die mal anheben und abkoppeln nur kurz fahrzeuge skippen zwei ruf stellen Untertitelung des ZDF, 2020 Hier schön rasen wir hin Untertitelung des ZDF, 2020 Alleine das schon lohnt sich hier Ein paar Tausend noch zu machen Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, jetzt sehen wir da nichts. Jetzt werden wir das hier nochmal, gucken wieviel Ballen wir hier aus diesem kleinen Stück rauskriegen. Mal anhängen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, das ist mein UFO, ne? Ach, was war ich denn da? Mal sag' ich doch. Und dann reden sie mal alles von Ökologie und hast du nicht gesehen? Und dann, genauso wie die anderen Milchersatzprodukte. Wo soll man das erzählen? Die armen Tiere, sagen sie dann immer. Die Hauptsache ist, die können Kleidung am Körper tragen, Lederschuhe und so weit besser. Im Winter ist es kalt, ohne ordentliche Lederstiefel. Synthetik wollen sie ja auch nicht tragen. Da bleibt ja nicht mehr viel übrig. Da können sie ja Leinsäcke um die Schuhe, um die Füße binden. Ah, das ist voll. Wollen wir erstmal ausladen, den Ballen. Mal ein bisschen rausfahren, die Technik beobachten. Abschneiden. Abschneiden. å Vielen Dank. Wieso ist das kalt oder zu warm? Ich denke, ich stelle mir das eigentlich nicht kalt vor, im Kuhstall im Winter. Ich denke, ich stelle mir das kalt. Ja, bis jetzt so hier, die Düden aus Plänefältchen. Ich denke, ich stelle mir das kalt. Und gleich wieder voll. Ich denke, ich stelle mir das kalt. 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 die die was schon drin denn so ein denke ja 4000 liter mäßig schon mal hier Okay. damit hier aber ja hier vorne noch ein bisschen großes großes gras alle klar wissen ach hast du jetzt mit deiner hand ist fertig gezockt oder ja dann speichert war machst du dann schon party auf ja hast du schon du warst wird ja so ne man brauche aufmerksamkeit so start oh sorry mensch was soll ich ablehnen ja mach mal ich habe mir jetzt noch hat sie noch nicht join starten wir mal so ich habe hier neun neun zweiten versuch einen anderen versuch also der andere hof existiert jetzt hier kannst du gleich an die boletten machen oder mal gucken ob du noch rechte hast du bist du bist da okay gebiete mal fahrzeug kaufrechte und fahrzeug zurücksetz rechte und tiere felder erstellen einer anderen nicht neun so pass auf du gehst jetzt mit dem mit den ehen radlader in radlader für den klinik verkauft hier war hinten mit den radlader mit dem roten mit den striegel der leiden ist dem master ab lässt so fällt stehen und fährst erstmal zum shop ja genau den trecker genau und beim shop machst du bei denen vorne hier diese halterung ran und schon reifen noch am besten dazu nee brauchst du nicht doch ja und ein frontlader holen dieses lade ding einmal so ein naja so eine mistgabel da vorne hier so ein gabelstapler ding für die heuballen und so eine schippe du kannst auch gleich nach kurven was für grün ja ich weiß nicht du kannst du kaufen da den günstigen slubser die passen alles alles klar stelle lass dir nicht hetzen was hast du fahrzeug wo die ja modifiziert vorne mit mit dem aufsatz und 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 dünne reifen gut gut das brauchen wir jetzt und als erstes nimmst du die mistgabel ach so wir brauchen noch ich hab noch geht doch wir haben einen anhänger aber nie holen wir noch einen anhänger von diese erste kategorie nähen ballen hänger nicht da können wir auch einen normalen anhänger legen wie ein mist oder nicht ja zur not können wir den uns ausleihen ja genau das meine ich ach so wissig tornee alle fälle wohl mal eben damit wir einladen können und dann bring her dann bring her ja 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 das ist ja schon voll ne ja das ist ja schon voll ne ja ja genau und verkaufen erstmal die beiden aufladen und gucken wie viel ihr überhaupt aufkriegt und gucken wie viel ihr überhaupt aufkriegt und gucken wie viel mehr aufkriegt ist ja cool dass man das Land was man eigentlich nicht bestellt hat hier auch mähen kann und gucken wie viel mehr aufkriegt gut 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 ja gut ja Oh, wie machen wir das schief hier? Aber egal. Was sagst du? Wunderbar. Na, ich glaube, kannst du nur zur Scheune bringen. Nimmst du noch so eben mit, ja? Praktisch. Da hat der junge Mann mal mitgedacht. Was? Verkaufen. Ja, auf diese viereckige Fläche hinlegen. Du müsstest es so ablegen. Müsstest du mal den ersten gleich, den du vorne hast, mal ablegen. Dann siehst du nicht. Müsstest du dann gleich die Mannes auf ploppen. Und diesen Bereich, da was da so gelb markiert ist. Genau. Wunderbar. Spitzermäßig. So normal. Zeugstapel. Ja, erstmal sammelst du hier die ganzen Ballen, die hier rumliegen. Und dann nimmst du den Mähdröcher und fängst dann weiter an, außen noch abzumähen. Da ist noch so viel abzumähen. Ich hatte noch nicht alles. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist jetzt unser zweit Projekt. Hier will ich so hauptsächlich damit Geld verdienen, weil ich hier mit diesem Projekt in die Schafzucht einsteigen will. Aber erstmal wollen wir hier zusehen, dass wir hier Mannes machen, damit wir uns gleich den ersten großen Schafstall kaufen können. Und die passenden Schafe. Deswegen machen wir jetzt Mannes. Mit Billion Zeug. Also das kleine Feld will ich da, will ich Gras anbauen. Und das große hier will ich weiter mit Weizen oder sowas, wo wir auch Stroh rauskriegen. Können wir glücklich auch Gerste nehmen, ne? Oder wie heißt das andere? Hat wir Hafer. Hafer war noch wieder wieder Kurs. Wenn ich weiter sammelst du die erstmal alle mit dem Radlader an einer Stelle. Du musst es bloß sehen, dass du an den Stellen, wo du siehst, dass ich da noch nicht gemäht habe, dass da nicht so viel rumgurkst, weil du da mit dem Rasenblatt haust wirst. Also hier an dieser wo ich jetzt hier drüben bin, da brauchst du nicht mehr mähen. Da ist schon die Grenze von dem anderen Land, da habe ich schon immer hoch und runter gemäht. Da müsste bloß die Ballen einsammeln. Aber an der Seite da vorne, zum Wald hin, da ist noch zu mähen. Da ist noch eine ganze Ecke, eine ganze Ecke. Und da liegen ohne Ballen rum. Und über das All, ja das ist ja nicht bestellt. Das werde ich dann da weg, dann. Ich weiß gar nicht, muss man, muss man Gras auch als Saatkaufen. Da war das nämlich, wenn man das eh mal gekurft hat, dann braucht man nie wieder da Gras sehen, weil es dann immer wieder nachwächst. Du musst dann bloß mal abnähen. Ich muss dann sehen, dass wir dann vielleicht das Silo dann sehen. Dann können wir dann schon mal komplett verkaufen und die ganze Kohle uns einstreichen und gucken, wie wir zusammenkriegen zum Schluss. Ich muss dann sich zum Schluss sch precsten. Ich muss jetzt sagen, dass wir jetzt sechs, noch mal kurz vor Ort letzten Jahren erstellen. Da kann ich schon mal kurz vor, dann haben wir noch einen Stoffen. Wir kommen jetzt in der Stoffen. Ich muss dann nochmal schauen, dass wir jetzt noch mal um überlegen. Und dann haben wir halt auch einen Stoffen, der sich in die Stoffen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ja. Ja, aber halt nützt nicht weg, nicht abkriege. Ja, mach mal hier nicht alle kaputt, damit machst du die Maschinen kaputt. Wir sind hier nicht in GTA. Wir müssen das anders hegeln. Wir haben mit Gefühl. Hier, furchtbar. Im echten Leben kannst du so ein Ding Uni durchziehen. Wisst ihr, was das alt kostet? Ja, wie bist du jetzt darauf gekommen, das jetzt hier so umzugestalten, das Auto? Was denn? Ja, ja, sagen sie alle. Aus Versehen. Ist wie so ein kaputter Roboter, der auf der Seite liegt. Ja. Ja, ja, versuch mal, aber dein Glück. Hier, mit dem anderen Dreck heran. Da an diesen, an diesen, an diese Spitze von diesen Pieksern. Ja, doch nicht mit dir Wald. Mit dir fühl. Sollst du dich rammen, sollst du da hinstellen, damit ich greifen kann. Ja, dann mach mal da ran. Mann, Mann, Mann. Ja, noch ein bisschen seitlich noch ein Stück. Oh, gut. Mal gucken. Andersrum. Ne, warte mal, das ist das Ding. Ja, nein, du musst du schon ein bisschen herkommen. Ich brauche hier ein bisschen Widerstand. Ne, andersrum. Scheiße, versuch mal von der anderen Seite noch mal zu schieben. von dem grünen, von dem Dach aus. Mann, 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 Mann. Wollt hier nicht meine Zeit vertreiben, hier mit, mit kaputten, äh, au, äh, ich sag dir das, ey. Da, weißt du was? Du schiebst mich einfach da hinten den Hang runter. Da müsste ich doch umfallen. und jetzt von der Seite und dann schiebst du mich da hin bis dahin zur Böschung, wo die Straße ist. Du musst da schon gerade rankommen und ich schief. wirst du ja nicht, welche Böschung du meinst. Ich rede von der Straße da hinten. Ja, genau. Ja, das wird ja was, ey. Dafür zahlst du, ja. Dafür ackerst du hier so lange, bis der Arsch qualmt, ja. Ey, war kein Unfall. Wenn du ordentlich fährst, passiert sowas nicht. Unfall nennt der das. Ja, aber ich glaube, ich muss aber seitlich stehen. So bringt's mir nichts. Ah, ja. So macht man das so. Ja, und dann ordentlich hier. Ja. Unmöglich hier mit dir. Weil ich drin saß. Flitzpiepe, jo. Da fasset nicht. Was denn? Mit dem Traktor. Äh. Was hat hier mein Feld zerstört hier? Anschalten. Ach, der ist voll. Hm, Idiot. Und dann habe ich hier an Zeit, warum nicht? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was mit dir ist. Du bist noch da. Die haben sich gesagt, die haben wir mal kurz rausgehen, da der solche Scheiße baut. Ist nicht im Sinne des Erfinders hier. So, für dich noch Notgeräte kaufen, die haben wir die Autos hier aufstellen können. Ja. Kapelstapler. Warum, Christen, warum liegen die denn alle so komisch da drauf rum? Kannst du die denn nicht alle so in einer Reihe, so rumpfbacken, geht das nicht? Dann musst du ausprobieren. Da gibt es ja angeblich richtige Weltmeisterschaften mit LKWs beladen, jeden, wa? Mit Ballen und so. Die tut ja nicht automatisch. Ach, hält die mal gar nicht runter. Sehr gut. Wunderbar. Na ja, immerhin fast 400 Dollar, äh, Euro für so einen Ballen, wa? Für nichts mal was tun. Hey, du kannst die anderen Ballen erst alle aufsammeln. Dann kannst du Rasen mähen und dann gleichzeitig auch die Ballen machen. Harikor gemacht. Ich muss bloß sehen, dass du zwischendurch dann, weil der lässt viel liegen, wenn du so über Kurven fährst. So anschalten und weiter jetzt. Aber ich hab, äh, zum Schluss dann erst Rasen gemäht und dann hab ich noch so ein Ding gekauft, wo du das alles mehr oder weniger auf einen Haufen machen kannst. Und dann mit dem Ballen Ding dann gefahren. Äh, wenn du so unebene Dinger hast oder was, finde ich, das macht sich das besser, wenn du hinterher mit dem Ballen fährst, weil du musst ja, der Ballen, die Ballenmaschine ist so schnell voll, du musst dann jedes Mal anhalten, ein Stück zurücksetzen, damit der, weil die Maschine ja dann wieder das nicht aufgenommen hat. Hast du da eine Gabel dran? Ja, ne? Ja, du kannst doch die, die auch nehmen. Angeblich. Nachdem. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute, ich lebe da frei. ich war eigentlich hier drin aber hier bin ich voll so 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 und hier das stücke da wo du jetzt den rasenmäher ablegst kannst du auch noch machen wenn du möchtest das ist ja überall noch gras wird man noch nehmen kann und hier hinten natürlich also den schmalt schmale ding hier das habe ich schon durch zwischen den zwei feldern aber am ende dann da hinten wo die bäume sind was 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 ich finde so eine so eine bezeichnung irgendwie so eine klinik lexikon handbuch oder so was müsst ihr ja jeden für die einzelnen anbausachen wie gras und so dass man dies wird man machen muss und erfolgreich anzubauen und was man nicht machen muss oder massen machen kann da ist nur so ganz oberflächlich ganz oberflächlich hat mir angeguckt also gras zum beispiel ob direkt einfach so sehen kannst du ja was du da hast und 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 aber das musst du selber herausfinden so so wie für beiden hast du jetzt rausgekriegt in oh so 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 was video um vier uhr auf aufstehen ach du musst um 4 uhr aufstehen oder was zur not kannst du ja das zeug kannst du unterwegs angucken auf den traktor mit oder ich weiß ja nicht auf was du für ein gerät guckst auf handy oder was wunderbar schon wieder fast 900 euro ich bin auch gleich fertig und dann werde ich erstmal dieses andere ding hier noch mal ausprobieren auf kraterstrecke warte mal kurz die welche linien meinst du denn hier die weißen hier die die heu ballen das heu was hier überall rum liegt na das will ich erstmal zusammen kehren damit ich nicht zu viel fahren muss naja ich will das erstmal selber probieren du brauchst du wahrscheinlich du sollst du erstmal rasen mähen das gratis gras brauchen weil es war draußen rum liegt jetzt wächst ja immer wieder nach jetzt kann man nämlich daher auch dann gleich für nehmen dass wir dann damit unsere schafe füttern das war genial dafür aussehen dass wir im prinzip rein rein gewinn machen ja ok ich mach das auch macht also handy mal gucke ich gar nicht mehr zu kleben aber eine küche wenn ich dann abends in der küche sitze guckt natürlich auf alle fälle auf tablet oder wenn laptop metall mitgenommen habe zum bisschen bearbeiten oder so dann auf laptop ansonsten immer auf tablet ich finde dass du dann immer die über über laptop hat man immer viel mehr einstellen möglichkeiten was youtube oder twitch betrifft ist dann noch mal so ein bisschen gehandicap wenn man diese kleinen geräte benutzt ist ja nicht wie bei apple ist ob über apple das anders ist wie überall android aber ich glaube nicht so da haben wir doch hier auch dahinten macht ihr den busch weg und dann sind wir fertig das sind die für geräucher Hier ist doch ja nichts gemäht so. Und was ist denn hier los hier? Bist du immer noch da unten am Mien? Na, du mäßst doch ja nicht. Ich muss ja erstmal alle gemähen ohne Ende. Das wächst doch nachher alles nach wieder auf ehemal. In der... Ah. Ahem. Naja, dann siehst du wenigstens, wo du kannst du richtig loslegen mit fahren und hast du nie gesehen. Achso, ich müsste ja, wenn schon, denn schon noch das Gerät da wenigstens leermachen, damit das... Voll vergessen. Ne, ist ein Rasenmäher, so ein... Ne, geht nicht. Ist ein Rasenmäher. Die haben das nicht so extra so gemacht, dass du jetzt hier die teure Maschinen sparst und Rasenmäher den Rest machst. Das wäre ja wohl ein bisschen blöd. Ja, ne, 10 Stunden... Ich bin jetzt noch 2 Stunden da, nicht 10 Stunden. Aber schön, dass du... Dass du Einsatz bringen willst. Warum kommt denn der nicht? Warum geht denn das nicht? Achso, ich muss Motor starten. Ne, die Maschine ist ja... Der ist ja nicht... Jetzt. Du, ich brauch die Motor ja nicht anhaben. Kicken. Ja, sorry. Danke. Ah, das wäre ja was geworden, jetzt eben die Ernste, Ernste Weizen ausgekämpft. Ja. Du hast bestimmt vorhin 10 Stunden verstanden, na. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. So, das hätten wir auch. Dann haben wir... Das, 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 das. Gut. Jetzt nimm ich mal das Ding auf und probier mal das aus. Das ist gar nicht mehr zusammengeklappt, was ich gerade. So, wir wollten hier, jedes zweite, dann eben drüber fahren, eigentlich. So, schauen wir mal. Gut, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so, ob das jetzt nicht umständlicher ist. Aber ich denke mal, dass ich das dann so machen werde, dass ich vorhandene Teile schon nehme. Und die dann bloß noch nach links und rechts schiebe. Also hier, jeder zweite Ding hier. Das ist eigentlich reichen. Mal einfach ausprobieren. Ach, machen wir mal hoch. Kann man besser drehen hier. Ja, das werden jetzt hier eigentlich nur zwei. Könnte man hier noch einen machen. Mal gucken, wie breit der da aufnimmt. Könnte man hier auch nicht. Untertitelung. Wir sind jetzt hier. Vielen Dank. 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 So, Okay. Kann man nur bei Gras machen. Okay? Okay. So, Ja, so, So, Jetzt macht er wieder voll, genau. Dann kann man, hier beim Drehen, Und, Vielen Dank. Also wird mit Ballen herstellen, macht schon erst fehlt's. Kannst du nachher gleich hier alles schön einsammeln. Und wenn du willst, musst du mal gucken, dass du dir vielleicht so ein Einsammler mal ausleisten und mal ausprobierst, ob sich das für dich besser macht. So, und da gibt's ja so ein Balleneinsammel-Dingsbums. So ein kleiner, wisst du, da kannst du mal direkt wissen, ob du damit greifen tust und dann bloß noch rauflegst und ab loslässt. Wisst du, meine? Wird bestimmt leichter wie so eine Gabel. Du kannst bestimmt richtig schön raufstopfen, alle. Du, 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 du. Ja, das Ding ist immer schnell voll. Du, 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 du. Ich muss erstmal hier die schmale Leine noch mitnehmen hier. Vielen Dank. Sieht wesentlich sauberer aus hier. Und wie klappt das, wenn du das machst? Habe ich zum Anfang gemacht, lief ganz super, was ich dann festgestellt habe, weil so eine ungebenden Sachen, dass wir dann immer die Hälfte liegen, gestern muss so und so nachher nochmal rüber. Ja, naja, dann bräuchtest du mehr oder weniger nur noch durch die Hing fahren. Und nur noch das Gras außerhalb weg machen, so kannst du deine Schafe und alles umsonst dann mitfüttern. Gut, das lädt alles noch, steibe, was du da schicken wolltest oder schickst. Na siehst du, da rätet ja richtig ab bei dir mit den Ballen. Ja, bin mal gespannt, welche Ballen, ob du für die Strohballen hier mehr kriegst. Na, bist du fertig da drüben mit deinen Wänzen? Gut. Ja, musst du mal gucken, also nicht hier so, wo du massenhafte Ballen aufladen kannst, sondern so ein Sammler. Ja. Na, weiß ich nicht, da steht so ein Rädchen, was gerade irgendwie zeigt, dass du was runterladen oder aufladen willst. Oder eben einfach nur, keine Ahnung, ein Bildchen. Ne, du sollst kein Transportmittel holen, du sollst ein Sammelteil holen. Ach, das ist beides. Na ja, dann zeig mal, wie das geht. Und Kostenpunkt? Ja, du musst schon gucken, was du machst, sonst nehme ich dir die Rechte weg. Ja, wenn du so einkaufen gehst, dann musst du da wirklich eine Kreditkarte haben. Ehrlich. Man guckt, was man kauft. Hier nicht im Bonbonladen. Für 1,70€. Bonbonladen? Klar, gibt es doch Sachen im Wert von 1,70€. Nicht bei uns im Laden, zum Beispiel. Ne, damals hat das Pfennig gekostet. Damals gab es keine Cents, außer beim Dollar. Klubber gibt es doch mittlerweile ja keine Penta gibt es noch. Beim Pfund gibt es Pennies, ne? Beim Dollar gibt es Cents. Die D-Mark war cool. Kennst du alles ja nicht mehr so. Die gute D-Mark. Ja, siehste, weil du nicht lesen tust und nicht gucken tust. Nee, hast du nicht, sonst hättest du gewusst, ach scheiße, brauchen wir nicht. Kacke. Ja, es gibt zwei verschiedene Ballen. Da musst du trotzdem genau lesen, Sohn. Das kostet alles Geld, deine Unwissenheit. Hast du weg, ich schickst du weg, oder kannst du nicht? Wieso? Ich hab doch alle Rechte, die hier geben. Ja, dann mach ich das weg. So. Gemietet. Mann, Mann, Mann. Dann hol dir den einzelnen Sammler, den einfachen Ballen-Sammler. Ist hier eine Verschwendung vom Herrn hier. Klar. Dann musst du rein an die Buletten. Aber es gibt so eine Greifer. Guck mal, da gibt es doch diese hydraulischen Greifer. Kannst du nicht sowas nehmen? Ja. Und was hast du davon? Ja. Dann kriegst du ja nicht ran, ne? Musst du hinten anmachen, ne? Wie so ein Bagger, ne? Mhm. Kannst du auch einladen, so wie du es vorher gemacht hast. Kannst du auch einladen, so wie du es vorher gemacht hast. Ja. 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 Knochenjob sagt er. Du hast gesagt, das macht Spaß. Dafür bist du hier so, sonst kann ich das alleine machen. die unkosten muss wieder kriegen die gerade verschwendet hast die 4000 ja ja 14.000 114.000 jetzt haben wir 110 11.000 114.000 Kunststück? Jetzt hat sie wahrscheinlich, wahrscheinlich war es kein Kunststück. Junge, Junge, Junge. Jaja. Ich bin wieder da. Die, 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 die. Super. So, dann werden wir hier die Resten, die Reste, Reste, Reste hier unternehmen. Jetzt fängt er dran vorbei, an den kleinen Rest. Gleich wieder voll hier. Aber wird echt schnell voll hier, der Ballending. Was machst du denn da? Brauchst du, du brauchst doch eigentlich eine komplette Ladewanne, sonst sitzt du doch da noch bis morgen. Soll ich das, äh, noch eine Ladewand da, da dran, die fallen da von der anderen Seite wieder runter, so wie ich das sehe. Hab ich doch gerade hier gesehen. Die sind von der anderen Seite wieder runtergefallen. Ach so. Dann stell doch, schieb die doch von hinten nach vorne rauf. Da hast du doch die Rückwand da, die dann immer... Du holst die erst alle ran, ja? Bis dah. Alles klar. Soll ich den anderen Seite wieder, communierst du doch das. issoів Wars activists. Schieb die das. Deh, 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 deh. Deh, 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 deh. Deh, deh. Deh, deh. 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 sich das über die mods gibt es so ein fahrzeug wurde 18 rollen aufladen kannst da bin es den rhein und dann hat eine seite lässt du so ein greifer runter und dann fährst du mit dem seitlich an die dinger vorbei und der greift die dann immer und packt die automatisch umruf ja den gibt es im online shop also bei den mods gibt es den gibt es den der stobik sehr gratis von den mods nee also wenn man dann noch mal so jung werden will dann 24 oder so aber fünf jahre will man nicht mehr werden heutzutage stimmt sohn ja welche heuballen acht jahre von ok dann probieren wir gespannt siebzehn jahr blondes haaar bin ich gespannt ob es mehr Geld gibt für die als für das gras das ist so 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 Ja, der Preis ist hier gefallen. Musst du mal öfters mal die Preise nachgucken. Aber er ist immerhin keine Peanuts. Da musst du jetzt noch vier verkaufen, dann sind die Unkosten wieder von deiner Schnuderei wieder drin. Ja, ja. Bestellst du ein Fahrzeug und das ja keinen Sinn macht. Nee. Ja, ja. Ja, aber den Heulbein-Dings, der viereckig macht, musst du in eine Einstellung gehen. Ich glaube, die können auch viereckige Heulbahn machen hier. Aber ich habe die Einstellung noch nicht gefunden. Weil es gibt ja nicht also so viele Ballengeräte. Wisst ihr? Ja, ne. Oh, der ist schon fertig wieder. Was ist da? Haben wir auch gleich geschafft hier? Und jetzt? Ja. 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 Ich werde ein paar Malang. Ja. 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 Wunderbar. hier machen wir noch hier auf alle fälle schon bei 91 prozent ich habe das hier auch mit profit wird dann so ein mischdinger aber nimmt dann mit so wo wir weiter einsammeln fernbau aber sie ist später mit dir so der anhänger ist zu klären sie kann es ja nicht sechs stück darauf kriegen das ist du dann übereinander noch packen wie wie zahl wie schnürst du die wie verschnürst sind die dann wenn du alle truff hast und dann anhänger macht ne und ich gucke mal das spiel verlassen geht ja nicht so gut du hast ja noch mit den ballen zu tun hier liegen überall ballen rum aber sowas von erledigt ist und anbauen als erledigt ist also wenn wir zum beispiel nachher anbauen und so dann werden wir natürlich auch wieder schnell machen dass wir dann wieder arbeiten können aber erst mal musst du die ballen einsammeln und dann müssen wir die felder bestellen und in der zeit wo dann bestellungen machen müssen wir noch das silo leer kaufen verkaufen ich weiß ja nicht ob man für gras jetzt noch kalken muss oder ob das einfach nur angegeben wird weil man es kalken muss weil der boden eben und seine nährstoffe verloren hat war ja habe ich auch schon im garten aber es ging nicht ums gras eigentlich immer mehr um den nährstoff halt ihr halt des bodens und damit kannst du ja viele pflanzen glücklich machen nicht alle wollen so viel nährstoffe keine ahnung irgendwelche pflanzen orthodendronen oder keine ahnung gibt hier noch pflanzen die nicht wollen ja wunderbar jetzt gleich wieder deine manis machen gut ja 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 Danke für dein Follower Dad 187 Ich bin zu weit weg, seht es nicht Ja, siehst du, ja, sehr gut Ja, macht sich das Gewicht doch bemerkbar, wa? Das Gewicht, was du vorne dran hast Ja, weil der Schwerpunkt unten war, ging leichter wahrscheinlich Wir gruben und gruben den ganzen Tag Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do aber diesmal gibt es ein bisschen mehr 296 letztens war glaube ich 274 oder so ja ganz knapp war es ja noch ein paar momelchens einzusammeln 4 5 mal musste noch fahren die liegen ja selbst hier auf dem feld liegen die digga rum weil man hier als erstes weg auf dem feld wo ich gerade gruber gruber mache auf dem pläne welche anhänger was machst du das spiel zu fußball mit die dinger oder was ja wenn du da drauf dings hättest da würdest du so einfach nur rinschmeißen brauchen probiert auch da ist doch der anhänger probier es aus kann ja nur besser werden ja was so machen gucken was besser ist gleich wieder zurück ja 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 Vielen Dank. 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 Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja... Das ist für... So... ... 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 Paran ... ... ... ... ... ... ... ja so fahren wir mal ran dunkelblau muss es sein also wie wie dunkelblau wir haben es ja gestern nur auch versucht aber wir haben es nicht dunkelblau gekriegt nur von ihnen auf den anderen tag war es bestimmte stellen dunkelblau aber wenn du mehrmals hintereinander düngst wird es nicht dunkelblau haben wir erst dann für sich festgestellt kicken wie viel big packs ihren passen schwer mehr sogar drei stück passen auf alle fälle rin liegt an der map ok das heißt wenn es an der map liegt dass es dann warten muss oder wie oder das ist offiziell nicht richtig angezeigt wird oder oder wie was wo willst du nennen wieso zu mir ich bin doch hier der kalt muss doch hier der kalt muss doch hierhin kannst du abschütten ja auf irgendeine ecke na abschütten so jetzt gucken wir mal wie der radius ist bei dem ding falsche seite so düngerstreuer senken und anschalten ja dafür musste ja logisch nicht während der fahrt du musst aber dann am besten du hängst den ehen ab vorher da gibt man dadurch dass der hier so runter geht kann es sein dass die stelle nicht richtig gedinkt wird na l l l 2 drücken 1 drücken rr 1 drücken und dann vier dreieck du bist du da unten stehen irgendwie dreieck abkippen was will nicht naja oder so jedenfalls irgendwie hast du gekriegt wird wunderbar wunderbar schritte 2 drücken rr 1 drücken rr 2 drücken rr 3 drücken rr ihm Ja, wir düngen, wir düngen. Warum fährst du denn eigentlich die ganze Zeit mit zwei so eine Dinger rum? Okay, wie viel Heulbein hast du denn jetzt noch? Das müsste da die letzte sein, wa? Ah nee, da hinten stehen auch noch welche, oder nee, das ist ja eine Baumaschine da hinten. So, jetzt mal gucken hier, gedüngt. Jetzt haben wir das gedüngt, wunderbar, mal gucken, äh nee, ja, da sind zwei dunkelbaupunkte, das ist so doppelt gedüngt. Gut, wunderbar, jetzt haben wir hier düngt. Er bleibt aber auch nicht stehen und wartet, ja? Unmöglich, ja. Wenn ich jetzt schon sehe, krieg, 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 krieg Augenkrebs. Nee, nee, aber nicht hier in dem Spiel, habe ich noch nie gesagt. Wer bremst, verliert? Unmöglich, ja. Ach, was mach ich denn hier, ich will hier nicht düngen. Nee, abheben, anheben, abkoppeln will ich. Wunderbar, ist zwar hier liegen, aber können wir hier stehen lassen, erst mal. So, wie sieht's so aus, so? Naja, was ist denn los, hier hast du den Silo schon leer, warum bist denn jetzt da hinten langgefahren? Ach, der, der auf der Straße liegt, oder was? Ja, 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 genau. Ach, wisst du was, wir werden hier vorher kalken. Hast du abgeladen? Wo ist denn der Kalk? Doch, da ist er doch. So, haben wir jetzt noch so ein Kalkding hier? Nee, haben wir nicht. Wir haben ja immer noch kein Kalkding. Hast du eine Schippe hier? Ich bin der Meinung, ich hab's auch eine Schippe gekauft. Nee, du solltest die kaufen. Oh, hast du eine Kettensäge? Ja, nee. Ach, was war ich denn hier? So, dann brauchen wir jetzt wieder so ein... Ist ja furchtbar, hier mal dieses gekaufe. So, Düngergerät. Wir hatten ja jetzt zum Düngen und jetzt brauchen wir noch ein Gerät zum Kalken. Gibt's da noch spezielle Gerät für, oder müssen wir jetzt hier... Miststreuer, Kalkstreuer gibt's ja keiner hier in dem Sinne. Gibt's einen Miststreuer, der auch Kalkstreut? Nee. Aber woher kriegt man denn Mist von Kühen, wa? Weil bei Schafen, glaube ich, gibt's keinen Mist. Ah, Schweine und Kühe. Gut, dann hoffe ich ja mal, dass alles stabil läuft. Gut, dann müssen wir uns doch hier... So, den Kofen. Schade, dass man hier nicht ein kleines Ding haben kann zum Kalken. Ech nie! Gibt's denn hier nix zum Kalken und... Ah, okay, nicht auf meiner Map. Ach, dass das alles immer noch Map unterschiedlich sein muss, ja. Ah, hier der. Zusätzlich erhöht das Tankvolumen deiner Gerätschaften. Ah, geht nicht nur als Mod. Also, es ist ein... Es ist dann die Gegend abhängig wahrscheinlich, wa? So, ähm, ja, dann kufen wir einfach so ein Ding und dann ist gut. Ja, kaufen brauchen wir ja. Dann kann ich mich das andere Ding... Wo bist du denn jetzt gerade, Sohn? Gut. Ich will mal gucken, ob ich das hier wieder rauskriege. Brauchen wir den ja hier nicht mehr. Gut. Da können wir den ja nämlich wieder in die Tonne hauen. Zurück geben. Super. Oh, ja. Hat er hier mitten... Äh, mitten... Genau in der Mitte hat er denn ausgekämmt. Und wahrscheinlich ist er noch 20 mal drüber rüber gefahren. Ja, ja. Ich hab's ja nicht... Uh, jetzt hab ich das Auto angeditscht. Da ist das viele rumgeieiern mit den Bruderrädern, wollte ich so sagen, mit den Traktoren. Da haben die ganz schön Schaden schon mittlerweile genommen, ne? Mit den... Mit unserer anderen Map ist das nicht so. Da sind die noch eigentlich relativ gut, obwohl die schon eine ganze Menge geackert haben. Was wir schon mit die Dinger in die 24 Stunden, die wir da geackert haben. 14... Echt... Echt schon haben wir schon geackert da. Steht jedenfalls auf dem Spielstand. Was hab ich denn jetzt hier geholt? Achso. Ja. Ist ja richtig. Düngerstreuer und Kalkstreuer. Na klar. So, dann bleiben wir erstmal hier stehen, damit wir das hier einladen können. Oder einladen lassen. So, gut. Abkoppeln. So, dann müssen wir uns auf alle Fälle noch eine Schippe kaufen dann demnächst. Ja, ja. Das sind die Lehrlinge, Junge. Nichts zu gebrauchen, Junge. Da musst du jedes Mal bei sein, Junge. Damit er das richtig macht. Ja, ja. Mitten auf den Hof gekippt, Junge. So. Im wahren Leben könntest du jetzt eine Schippe nehmen und dann das ganze... auf den Hof fahren. So. Dann wünsche ich allen ein Wunder wunderschön. Besonders Steibel wünsche ich einen guten und Grüße gehen natürlich raus. Ja, ja. Sag ich auch immer. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Dienstagabend. Wenn ihr Bock habt, bin ich morgen wieder bei YouTube bei. Ich muss mich ja schließlich auskurieren, also heißt es Farming Simulator. Dann habt noch einen schönen Abend. Ja. Und ein Wunder wunderschön. Macht nicht mehr so dolle. Alles klar, Timmy. Schön, dass du da warst. Und Steibel nochmal an dich viele liebe Grüße gehen raus. Und grüßt mir Micha. Ich glaube der ist gar nicht mehr da war. Und wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Hilfest.